So Leute, ich habe mich für ein Triathlon angemeldet, irgendwo in Baden-Württemberg. Problem ist, ich hatte leider kein Fahrrad und musste mir deswegen das Damenrad von meiner Mama ausleihen. Vielen Dank nochmal, Mama. Ich habe mir da ein paar Neo-Schokoriegel draufgelegt und die werde ich dann schön beim Fahrradfahren snacken. Dann kriege ich richtig Power an den Beinen. Dann können die mit ihren Rennrädern hier einpacken und dann habe ich schon vor, hier so die Goldmedaille zu holen. Hey, guck mal, da sind Pfeil. Jetzt noch 10 Kilometer Joggen. Das hat 33 Grad oder sowas, aber wird schon. Ich habe die Hälfte und das hätte auch gereicht. Aufgeben ist jetzt auch keine Option. Es war einfach so heiß am Ende, aber ich habe es geschafft. Mega happy jetzt. Habe ich gewonnen?